Es fand eine Rettungsexpedition statt. Fünf Personen werden an einem örtlichen Höhlensystem vermisst. Sie kamen ohne jegliche Spur zurück. Irgendetwas ist an all dem faul. Leichen lösen sich nicht einfach in Luft auf. Ich gehe jetzt rein. Das könnte eine unglaubliche Geschichte für die Nachrichten werden. Und damit herzlich willkommen bei Bandion Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute Crawl für euch. Und hey, wir grauchen rein. Yeah. So, oh Freude, oh Freude. Wir grauchen in ein Höhlensystem, um Leute zu finden. Was für eine richtig, richtig dumme Idee. Sometimes you will need to move a little further to get out of the areas. Okay, toll. Ganz, ganz schau. Ganz, ganz schau. So, turn around and click left mouse button on the map. Okay, das machen wir mal. Aha, okay. Dann haben wir die Map. Green arrow is you. Yellow dots are the objects to take a photo of. Okay. Alles klar. Gut. Zum gelben. Boah, das ist das ganze Höhlensystem? Oh, nein. Das macht mich grauchen. Okay. Bei der Map kann ich mich einfach umdrehen. Interessant. So. Okay, also ich drücke auch schon Shift dabei. Das ist quasi schon Rennen. Wir grauchrennen schon. So, okay. Take a photo. Now turn around and click on the camera several times to reload the cartridge and put it back. Okay. Aha, wir haben pro Cartridge haben ja also nur ein Foto. Okay, vier Objekte sind übrig. Okay, cool. Alles klar. Gut, ich würde mal einfach versuchen. Ich bleib einfach mal rechts. You can only do one photo per Cartridge. So remember to reload it every time you take it. Yeah. Großartig. Old Shift to crawl faster. At the coast of Fatigu. Ja, toll. Alles klar. Gut, und schon werde ich müde. Wunderbar. Schön. It looks like your flashlight has died. Turn around and click on the repeatedly to crank it up. Leute, Leute. Solltet ihr mal wirklich in diese beknackte, außerordentlich richtig dämliche Situation kommen, in ein Höhlensystem zu krauchen. Egal, ob ihr jetzt hier irgendwelche Sachen finden wollt oder einfach nur einen Adrenalinkick haben wollt, macht das nicht mit solchen Taschenlampen. Und ich hänge fest. Ich hänge fest. Was ist los? Ich komme hier nicht vorwärts. Warum komme ich hier nicht vorwärts? Mach doch bitte. Kriech doch vorwärts. Dankeschön. Oh Gott. Oh, das wäre so gar nichts für mich. So überhaupt nicht. So, ich habe zwar jetzt nicht wirklich Platzangst, aber das ist tatsächlich, wenn du hier irgendwo hängen bleibst, so mit diesem ganzen Scheiß und all das, oh, warte mal. Du musst kurz mal mich ausruhen. Dann wartet. Dann wartet einfach. So, ich bleibe. If something attacks you, flash it with doing a photo. Was? Was soll mich denn jetzt hier attacken? Haha, ich laufe durch die Welt. Yellow dots will only appear if you are close enough on the objects. So, check out your map constantly. Good luck. Ah, toll. So, okay. Ja, ich bleibe mal komplett rechts erst mal. Ich versuche meinen Krauch außenrum. Ich würde jetzt hier irgendwo mitten lang krauchen. So, ich weiß jetzt nicht, wie die verteilt sind. Von daher versuche ich mich mal so, ja, ich möchte mal sagen, so strategisch wie möglich von außen nach innen zu arbeiten. Ansonsten verliere ich einfach den Überblick. Oh, ich höre ein Geräusch. Okay, weiter geht's. Wir bleiben weiter rechts. Wir kommen hier vorbei. Ich klicke meinem dicken Körper hier mal vorbei. Dankeschön. So, die fernig you. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, schnell ein Foto machen. Schnell, 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 schnell. Was war das, Alter? So, was? Mag hier wohl in so einem Höhlen-System leben? Will man so weit wissen? Oh, wird das sendet. Okay. Da liegt was. Was kommt denn da jetzt an? Na, ist doch schön, dass wir in die gleiche Richtung krauchen. Das freut mich aber richtig doll. Schön. So. Schnell, Foto machen. Super. Drei sind noch übrig. Oh nein, echt jetzt? Ich komme nicht mehr zurück. Oh, ich kann auch nicht. Nein, ich kann auch nicht rückwärts krauchen. Oh nein. Ich kann nur ganz stumpf vorwärts. Wieso? Wo habe ich denn hier? Habe ich irgendwo die Möglichkeit, mich hier hoch mal zu drehen? Nee. Ach, das ist doch scheiße. Na toll. Okay. Na gut. Dann. Wenn wir jetzt nicht wieder Richtung Außenkriechen, kann ich hier rum? Boah, kraft nicht, Alter. Ey, das ist ja so. Das ist ja so. Okay, gut. Er hat gedreht. Das ist schon mal ganz gut. Er hat gedreht. Sehr gut. So, ich weiß nicht. Immer, wenn das Hecheln kommt, heißt das, wir werden dann angegriffen? Was ist denn das? Was war das? Aber hier liegt doch was. Probierung. Achso, das haben wir ja. Toll. Doof Kopf. Okay. Wir wieder hier runter. Und dann in diese Richtung. Na genau. Kriegen wir mal hier lang. Ach, schön. Blut. Das ist aber toll. Das ist aber schau. Ja, das ist toll. Ist ja auch überhaupt nicht gefährlich. Ich weiß nicht. Jetzt sollten doch alle, alle armen Sirenen angehen in dem Moment. Durch so einen Fluss von Blut warten. Ganz toll. So. Warte checken. Oh. Vor uns haben wir was. Vor uns haben wir was. Das ist gut. Vor uns. Und ich frage, ob ich jetzt in diese Trondelle ringrauchen muss. Okay, schnell. Super. Zwei Stück noch übrig. Alles klar. Weiter geht's. Einmal davon abgesehen irgendwie, wenn das hier alles Blut ist. Wie das hier unten stinken muss. Lampe, schnell. Warum macht man so was? Warum nimmt man so eine Lampe mit? Warum? Wieso macht man so was? Okay, wir müssen hier lang. So, okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Oh, okay. Warte mal, wenn wir jetzt rechts bleiben. Also hier oder was? Immer rechts lang. So. Schnell, 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 schnell. Foto. Schnell wechseln. So, mach her. Los. Super. Dankeschön. Und weiter. So, und jetzt hier vorne rechts weiter rum. Ah, wo mir jetzt erstmal die Lampe verreckt. Es ist doch nicht wahr, Alter. Es ist doch nicht wahr. Wieso denn? So. Na, mach doch mal. Super. Schnell beeilen, beeilen, beeilen. Die können jederzeit angegriffen werden. Leiner ist noch übrig. Leiner ist noch übrig. Wo müssen wir hin? Oh je. Oh, da. Oh. Okay. Hoch, links, rechts. Okay. Krieg hoch, Mann. Los. Hoch. Links. Und rechts. So, schnell, Lampe nachladen. Okay, wir haben alle. Jetzt auf zum Auskennen oder was? Jetzt müssen wir bloß loswerden. Hallo? Wo? Niemand hat sich je wieder an diese Höhle gewagt. Einige Zeit nach dem Verschwinden des einsamen Journalisten wurde die Höhle schließlich von derselben Firma versiegelt, mit der alles begann. Mögen er und die Vermissten und das Grauen, das in der Höhle lauert, für immer unbehelligt bleiben. So ihr Lieben, das war Crawl. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und wir sehen uns dann hoffentlich zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal wieder. Bis dahin, seid vorsichtig und denkt dran, wenn ihr in Höhlen kraucht, nehmt nicht diese scheiß Taschenlampe mit. Nehmt eine richtige Taschenlampe mit. Bis denn. Tschüss.